4 5 10 1 7 7 8 8 10 11 13 13 14 14 15 15 15 15 Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, sich diese 50 für ein paar Tage zu leihen. Bei der Familie, bei Freunden. Notfalls gehen Sie zu einem Kredithal. Ich habe das genauso gemacht. So funktioniert das. Eine Woche nach der Anzahlung steht Ihre Finanzierung über 100.000. Davon gehen die ersten 50 ins Haus, die zweite 50 bekommen Sie so auf die Hand. Wir nennen das Kickback. Kickback. Aber wir wollen doch die deutschen Steuervorteile nutzen. Und das geht eben nur, wenn die Finanzierung über eine deutsche Firma läuft. Und die verlangen diese Anzahlung als Sicherheit. Deutscherheit. Dein Sohn hat sie verlassen. Mehmet. Was, Mehmet? Mehmet, bringt mich nicht auf die Palme. Sie ist alleine. Sie kriegt ein Baby. In meiner Familie lässt ein Mann seine Frau nicht im Stich, wenn sie schwanger ist. Ja, in meiner Familie auch nicht. Dann unternimm was. Öff, öff, öff. Ich meine Familie. Eine deutsche Frau kann dir nichts bieten. Das sind so spießige, langweilige Kartoffeln ohne Humor. Wie lange? Ein, zwei Mal mehr nicht. Kim ist da hat er, ihr habt dich. Es hat sich vieles geändert. Gesell dir mit. Du hast mich immer noch nicht verstanden. Ach, Rita. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe Mehmet nicht mehr als Mann gesehen. Ich habe meine Kinder geschlagen. Jetzt habe ich Angst, dass Dennis nie wieder zurückkommt. Gut. Dann zieh dich aus. Hopp, hopp. Willst du mich kissen, oder was? Arne, ich stehe da in Zimmer 9. Ich habe eine Jungfrau hier. Wie alt bist du? Siebzehn. Familienname. Esstürk. Was ist heute für ein Wochentag? Dienstag. Wie heißt sie? Lena. Lena, schöne Name. Abgeblitzt. bist du nicht. G recognizes sich auch nicht. Schatz. Das ist eine ganze Zeit für eine Waffe. Bekommst du? Leila, du schön, du sagst, du sagst, du sagst du sagst du sagst. Soll man das jetzt! Ich hab dich nicht. Soll du sagst, du sagst du sagst! Du sagst, du sagst du sagst! Auch das will ich dich! Ich werde dich nicht in der Küche für dich. Ich habe dich mit Canky, du sagst du und du sagst du hast! Sohle! Bekle diesem Salam! Bekle! Allah, fehl'ahne merkt! Defon! Defon! Ne rob'n! Ne rob'n! Ne rob'n! Haben Sie das verstanden? Was? 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 Pff! Tamam! Nach den Regeln müsste das Kleid dann auch braun sein. Finde ich toll! Mal was anderes. Äh, und was mach' ich damit? Aha! Ähm, das war eine spezielle Hochseite. Du hast Mandy auf dem Gewissen. Hey! Mandy ist tot. Kommen Sie! Ah! Ah! Ich hab' die Gefühle ruhig. Was? Das geht ja! Ja! Ja, wir haben jetzt so, genau. Mega so! Ja! Ah! Fahr' der Kurde! Fahr' der Kurde! Kenne hieber, kailabe! Ah! 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 Bis zum nächsten Mal.